Ich hatte das Stundenglas befreit und wurde zum Wächter der Zeit. Nun musste die Geschichte neu beginnen. Frei von der Vergangenheit konnte ich eine neue Ära erschaffen. Voller Demut und Zurückhaltung trat ich an die leere Leinwand heran. Nach einiger Vorbereitung begann ich übermalte Dunkelheit. Nach einigen Äonen waren die Reiche gefordert, nach weiteren füllte ich sie mit Leben. In meiner neuen Ära werden alle die Chance haben, Frieden zu finden. Ob sie diese nutzen, liegt in ihrer eigenen Hand. Denn meine Macht erlaubt mir nur, diese Reise zu beginnen. Die Pflicht, diese zu beenden, haben die Sterblichen.